Hier in dieser Garage sind die Zeppelinen zu Hause. Es macht Spaß mal zu sehen, wo die parken und wo sie übernachten. Leider ist in der Winterzeit nicht viel los, was Zeppelinen betrifft, die ja eine enge Bindung haben nach Deutschland, nach Friedrichshafen und Tettnang. Und es ist ganz toll, dass wir hier dabei sein können, um einen die Garagen anzugucken. Vielleicht sehe ich doch nur einen Rumhüpfen oder irgendwo eine offene Garage. Und dann gucken wir einfach rein, wie der Zeppelin hier in Eckgrund zu Hause ist. Eine Partnerschaftsfreundschaft besteht zwischen Eckgrund und Tettnang. Denn alle waren sie hier, vom Bürgermeister bis zu Dr. Klaus Eckner, ein Enkel von Zeppelin.